Das ist FilmUp, live, Damen und Herren, direkt aus der Arena Cinemassie. Ich kann mir sagen, du hast irgendwie auf einem Holzstärk im See geschlafen, oder? Wir hatten ein bisschen drunken an der Aftershow-Party und haben gesagt, wir schaffen es schon auf dem Zug. Und dann ist der Zug aber abgefahren. Ich war mit einem Kollegen tätig und dachte, was machen wir jetzt? Und dann sind wir einfach auf und haben Holzstärken am Zürichsee. Es war kalt, wir hatten keinen Bulli dabei, aber das Holz hat also die Wärme gespeichert. Und dann sind wir mit dem Swiss Comedy Award. Er wollte mich auch Danke sagen an Corona. Mit meiner Kamera und meinen Kollegen sind mich auf dem Stärkopf und probieren zu Schluss. Er ist eigentlich ein Hase. Und viele denken, er sei ein Smitely, aber dann muss ich halt trotzdem mal antworten, dass er ein Junge ist. Weil er halt pink ist, denken viele, dass er ein Smitely ist. Wir sind im Hype, aber da die Totoro da. Er kommt dann später noch in der Sendung. Wir müssen ihn einfach ausschalten. Nachher sind wir vielleicht die Zweiten oder Drittgrössten plötzlich. Wo sind meine Brüder? Ich glaube, du siehst nicht mehr richtig. Kann das sein? Ich sehe alles so gut. Hast du meine Brüder noch? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind wie ein altes Ehepaar. Es ist so, beide müssen ein kleines Zettel in die Hand nehmen. Gustli, nein. Wacken, wacken, wacken. Gustli, danke. Auf TikTok werden wir sicher auch weiterhin so Sachen machen. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. So viele Leute. Ich habe gesagt, du hast meine Kindheit geprägt. Ja, du bist eine Legende. Du bist wirklich eine lebende Legende. Ja, und wenn jemand sagt, du bist ja eine Legende, dann denke ich, ich habe eine Legende. Sie suchen noch eine neue James Bond, die ich gehört habe. Ja, ich musste leider absagen. So viele, wie die den Film bis jetzt schon verjobben haben, habe ich gesagt, dann spiele ich lieber Ede für jeden. Das sieht nach einem Fast aus. Gib mal einen Tanz, oder? Für die Kamera. Ey, ey, ey. Würdest du aus dem Zürichsee trinken? Ich muss ehrlich sagen, ich bin selber von den Leuten begeistert, dass die so viel Energie haben und immer noch die 90er zu feiern, weil die feiern richtig, richtig heavy. Hit me, baby, one more time. Mit Bollemund spricht man nicht. Eben, Ellenbogen mit Abstand trotz Corona. Danke vielmals, dass ihr dabei seid. Live aus der Arenas Innemass in Zürich. Liebe Grüße.